hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video das problem der fehlenden netzteile bei smartphone verpackungen aber auch bei smart watches und auch bei bluetooth lautsprechern zum beispiel das kennt mittlerweile glaube ich jeder bei smartphones jetzt in 2022 bestimmt noch mehr hersteller geben die das genauso handeln ich finde es ist ja auch gut man hat ja auch paar netzteile zu hause aber nicht jeder hat ein niegelnagel neues netzteil um halt die volle ladegeschwindigkeit des endgeräts auszureizen und da ist ukrain an mich herangetreten ob ich nicht mal ihre netzteile euch vorstellen möchte das mache ich natürlich sehr gerne los geht's nach dem intro viel spaß ja und hier liegen sie vor mir so ein paar produkte von ukrain ihr findet natürlich alle links unten in der video beschreibung schaut da gerne nach ukrain hat natürlich noch viel viel mehr an netzteilen an gadgets und so weiter wie gesagt schaut da gerne mal unten nach wir fangen mal an mit dem kleinen netzteil 20 watt power delivery fast charger wir packen das gleich mal aus machen gar nicht lang rum mit der verpackung sondern schauen uns das mal an die verpackung ist ja auch nicht unbedingt hier aussagekräftig sondern wir haben hier den kleinen ladeadapter das kleine netzteil 20 watt hier usbc und jetzt sagt ihr ja ich habe leider nur usbc auf usb a laden und datenkabel auch da kann ukrain natürlich abhilfe schaffen sie haben natürlich auch usbc kabel im angebot hier schön mit einer ummantelung und dann noch hier die stecker hier schön aus metall nicht aus kunststoff also das fühlt sich wirklich sehr gut an dieses kabel zum beispiel bei circa acht euro und verbindliche preisempfehlung ukrain hat auch immer noch mal angebote geschaltet das kabel legen wir erstmal hier auf seite und auch den 20 watt charger und jetzt hier der star der show würde ich fast sagen 66 watt power delivery und hier könnt ihr zum beispiel auch euer laptop damit laden aber nicht nur ein endgerät sondern gleich zwei ihr seht hier zwei anschlüsse wir holen das ist auch das gleich mal raus und schauen was hier noch so alles dabei ist weil die verpackung ist dann doch etwas größer wenn ich sie raus bekomme schwere geburt so zum rausziehen seitlich und hier ein kleiner tray was ist hier drin ja noch mal ein bisschen beschreibungskram das war es das weiß ein bisschen unnötig finde ich und hier der ja doch große netzadapter netzteil noch mal ein bisschen plastik außenrum muss auch nicht sein und hier eine schöne struktur das ganze ist aus kunststoff natürlich ukrain steht hier drauf und wie gesagt die struktur fühlt sich wirklich hochwertig an hier die zwei anschlüsse usbc zweimal wenn ihr gleichzeitig zwei geräte laden wollt wird natürlich die power angepasst der geräte oder halt einfach halbiert ich sag mal ihr habt ein smartphone welches mit 18 watt geladen werden kann wird der erste anschluss 18 watt und dann ein laptop wird natürlich die restlichen watt zahl an power der laptop dann geladen und so weiter ja also wirklich mächtig zwar aber hier seht ihr mit zwei anschlüssen die verarbeitung gefällt mir sehr gut und jetzt machen wir weiter mit noch so etwas kleineren gadgets hier haben wir noch ein power delivery car charger und den packen wir natürlich auch noch ganz schnell aus und dann mit damit könnt ihr euer smartphone euer endgerät was auch immer im auto auch laden und hier sind auch zwei anschlüsse dran einmal hier usb a und einmal hier usb c 18 watt in der spitze kann das teil hier euer gerät aufladen wirklich auch sehr cool für unterwegs und für unterwegs im auto dass euer smartphone auch richtig gesichert ist hat ukrain mir noch hier ein mount ein smartphone mount für euer auto dazu gelegt hier kann man dann das smartphone hier einklemmen in verschiedenen größen hier noch mal ein bisschen klavierlack hier noch mal ukrain und hier hinten ihr kennt das hier wird das dann reingeschoben in die lüftungsschlitze und dann könnt ihr auch hier noch mal ein bisschen drehen das ganze hier liegt zum beispiel bei 11 euro ich sag mal die verarbeitung ist schon richtig gut hier innen drin sind auch gummies dass ihr euer smartphone natürlich nicht verkratzt ist okay kann man dann ganz sicher im auto mit dem adapter hier sein smartphone dann aufladen ja das waren die produkte kurz vorgestellt ihr könnt mir ja unten mal gerne in die kommentare schreiben wie ihr die produkte von ukrain findet und ob ihr auch das problem seht mit den fehlenden netzteilen bei smartphones oder auch anderen technik gadgets und vielleicht ist es ja was für euch schaut wie gesagt gerne unten mal nach da habe ich euch alles verlinkt jetzt bleibt nur noch zu sagen wenn euch das video gefallen hat dann das doch gerne mal ein kommentar und ein like da und um keine weiteren videos zu verpassen abonniert gerne diesen kanal und dann bleibt nur noch zu sagen bis zum nächsten video ciao